Jesaja 27, Verse 12 und 13 Und an jedem Tag wird der Herr Ehren ausklopfen Vom Euphrat bis an den Strom Ägyptens Und ihr, Israeliten, werdet aufgesammelt werden Einer nach dem anderen Und zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen Und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur Und die Verstoßenen im Lande Ägypten Und werden den Herrn anbeten Auf dem heiligen Berge zu Jerusalem Amen 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 Vielen Dank.